Jetzt möchte ich auch das Thema Gestaltung am See ansprechen. Was können Sie uns denn da verraten, wie es weitergeht? In einem ersten Schritt war ja jetzt mal die Neugestaltung des Strandbordes Thema. Ja, richtig. Ich habe Hart nicht nur übernommen vor zwei Jahren mit einem sehr, sehr schwierigen Budget und mit einer sehr, sehr schwierigen Finanzsituation, sondern auch mit der Situation, dass in Hart jahrelang geplant wurde, viel Geld übrigens für Planungen ausgegeben wurde, aber nichts weitergegangen ist. Und was das Strandbord betrifft, wenn wir uns erinnern, da hat es ja schon mehrere Anläufe gegeben. Der prominenteste war einmal 2014 der Strandbordwettbewerb. Da gab es sogar Siegerprojekte. Da hat das Siegerprojekt sogar 70.000 Euro Siegesprämie bekommen, das Architekturbüro, und dann wurde nichts gebaut. Und die Jahre zuvor hat die ÖVP dann noch diesen ganzen Planungsprozess nochmal ausgedehnt, auf halb hart, ein paar hunderttausend Euro ausgegeben für Planungsprozesse. Und wir haben jetzt gesagt, wir portionieren das Ganze in kleinere Einheiten. Außer Streit steht, das Strandbad ist dort, wo es ist, nämlich am See. Da muss man nicht drüber nachdenken, ob es woanders hinkommt. Und wir machen einen Planungsprozess Strandbad, da wir auch alle Parteien eingebunden und haben im Frühjahr hier auch dann beschlossen, basierend auf dem Vorentwurf eine Ausschreibung zu machen. Da gab es jetzt einen Ausschreibungssieger, der nun die Detailplanung machen soll. Und ich habe gesagt, der Planer muss jetzt wissen, was soll er eigentlich planen. Und habe dann das Thema nochmal auf die Gemeindevertretungssitzung genommen und mir wirklich viel Zeit genommen, hier über zwei Stunden nochmal zu diskutieren, was mögliche Streitpunkte sind, habe nach zwei Stunden Diskussion alle Parteiobleute zu mir geholt, habe eine Sitzungsunterbrechung gemacht und habe gesagt, so, was sind die verschiedenen strittigen Punkte? Ich lasse alle abstimmen. Also jede Partei kann sagen, mir hätten gerne das so, mir hätten das anders. Und ich lasse über jeden Punkt wirklich frei abstimmen. Da bilden sich freie Mehrheiten und der Planer kann nach Hause fahren und weiß ungefähr oder weiß ziemlich genau, was wir wollen. Und das haben wir gemacht. Und da hat es verschiedene Punkte gegeben, vier oder fünf, wo noch Änderungen zur Debatte standen. Das haben wir abgestimmt und der Planer hat nun einen Auftrag bekommen, was er planen soll. Und ich werde das dann laufend rückmelden und wieder der Gemeindevertretung berichten. Also wirklich ein total demokratischer Prozess. Davor haben wir noch im Sommer alle Besucherinnen und Besucher vom Strandbad eingeladen, uns ein Feedback zu geben. Über 800 Leute haben da mitgemacht und gesehen, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das anders, das qualit uns gut. Und das haben wir in unsere Entscheidungen einfließen lassen. Und wie geht es da jetzt weiter? Was ist da der Fahrplan oder was sind die nächsten Schritte? Also der optimale Fahrplan wäre, wir wissen alle, die globalen Krisen mit dem Thema Bauen auch, mit den Lieferketten. Da weiß man nie, wie es wirklich läuft. Aber der Fahrplan wäre, dass wir vom Planer dann Planungen bekommen und Ausschreibungen tätigen können für Bauleistungen. Und dann wirklich in einem Winter das Ganze umsetzen können. Das heißt, das wäre dann so, dass man im September nächsten Jahres beginnt mit dem Neubau und im Mai des darauffolgenden Jahres dann das Strandbad wieder öffnen kann. Also das wäre dann von September 23 bis Mai 2024 der Neubau des Strandbades. Und wie schaut es mit dem anderen Bereich aus? Also sprich, Stichwort Seerestaurant, Minigolfplatz, Fahrradparkfläche, wie geht es da weiter? Das haben wir in einen zweiten Planungsprozess gegliedert. Das ist der Bereich Seerestaurant. Da wo der Strandbad-Eingang ist, ist jetzt das Seerestaurant, dann der Minigolfplatz bis hin zum Thaler-Areal. Thaler-Areal hat die Gemeinde 1999 gekauft und hier auch seit 23 Jahren keine ordentliche Nachnutzung entwickeln können. Und das ist ein eigener Prozess. Da haben wir auch eine Bürgerbeteiligung gestartet. Vor einigen Wochen haben wir die Bürgerinnen eingeladen und einen Spaziergang durch das ganze Areal gemacht. Hier verschiedene Wünsche der Bürgerinnen und Bürger eingeholt. Eines war ja besonders zentral, dass man eben sagt, man will ein Restaurant im Hafenbereich, im Seebereich haben. Und diesen Prozess entwickeln wir weiter mit allen politischen Parteien auch wieder, um hier eine gute Lösung zu finden und das schrittweise auch umzusetzen. Ich sage bei allen diesen Projekten, ich baue weder das Strandbad für mich, und das muss genauso Sie, wie ich sage, sondern ich baue das Strandbad für alle Harder. Und ich baue alles, was wir in Hard gestalten, für alle Harder. Und darum geht es nicht um das, was genau ich mir vorstelle. Es muss so und so sein, sondern ich mache da immer wirklich eine breite Einbindung der Bevölkerung und eine breite Einbindung aller Parteien. Da bilden sich dann Mehrheiten. Das ist eine demokratische Entscheidung und ich versuche einfach diesen Prozess so zu moderieren, dass wir möglichst breite Beteiligung haben, breite Mehrheiten haben und damit in Harders weitergeht.